Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um einen Gebrauchtwagen-Check. Hier ein Audi A5 Barrier 2016 mit dem TDI-Motor, 190 PS, 80.000 km. Solch eine Fahrzeuge bekommende um die 20.000 Euro, was eigentlich ein guter Preis ist, denn die Audis sind eigentlich grundsolide, außer die Benzinmotoren, die Vorgängermodelle hatten, dort mit erhöhtem Ölverbrauch und Kettenprobleme. Dieselmotoren waren davon nicht betroffen. Die spätere Baureihe 2016 wurde schon einiges verbessert. Im Grunde ist die Baureihe grundsolide, Kleinigkeiten gibt es dennoch, die aber jetzt hier nicht ins Gewicht fallen. Das Getriebe ist robust, sowieso der Motor, die Bremsanlage, die Beleuchtung, das Fahrwerk im Normalfall auch. Da gibt es ein paar Kleinigkeiten, aber unten ist meistens alles aus Aluminium, somit kann da auch nichts rosten und ist langlebiger. Der Allrad ist auch top. Hier die Innenausstattung, hätte man mal einen anders wählen können, darüber lasst sich streiten. Für mehr Gebrauchtwagen-Checks, gebt mir einen Daumen nach oben.